Hallo zusammen, wir sind hier beim DGV-Verbandstag in Frankfurt und sprechen mit Herrn Kausler, dem Leiter der deutschen Rydercup-Bewerbung. Herr Kausler, gerade wurde mit einer großen Mehrheit von 70 Prozent entschieden, dass die DGV-Clubs hinter der Bewerbung stehen und auch finanziell die Werbung unterstützen. Wie erleichtert sind Sie? Nein, also wir freuen uns natürlich, dass die gesamte deutsche Golfgemeinde hinter der Bewerbung steht. Wir unterscheiden uns da auch vom Wettbewerb, weil die deutsche Golfgemeinschaft auch wirklich einen finanziellen Beitrag entsprechend bringt, im Gegensatz zu den anderen Bewerbernländern. Und ja, die deutsche Bewerbung ist jetzt auf einem noch besseren Weg, wirklich auch erfolgreich zu sein bei der Vergabe des Rydercups 2022. Jetzt müssen Sie ja bis Ende April ein sogenanntes Bitbook abgeben, wo dann auch alle Einzelheiten drinstehen, was Sie sozusagen dem European Tour Rydercup Europe anbieten, eben für den Rydercup in Deutschland. Was sind so die Kernpunkte? Sie haben so ein paar Themen schon angerissen, erzählt, die dann in den nächsten Jahren kommen werden. Ja, das ist natürlich das, was auch vor allem die Wettbewerber interessieren würde, was wir da reinschreiben oder was wir versprechen. Das werden die Dinge sein, die die anderen Länder hoffentlich nicht so gut machen, denn wir wollen den Rydercup. Ich glaube, die Vorzeichen waren nie besser, aber die Details der Bewerbung, das kann ich Ihnen natürlich nicht nennen. Na ja, Sie haben ja zum Beispiel gesagt, die Fernsehkampagne wird verlängert, es wird weitergeführt, es gibt den, es soll sozusagen Golfer sollen oder Neugolfer sollen animiert werden, den Schläger in die Hand zu nehmen. Das waren ja Themen, die Sie angesprochen haben. Ganz genau. Also es wird natürlich eine große Kampagne geben, um wirklich Neugolfer zu akquirieren, Menschen dazu zu bringen, den Golfsport auszuprobieren. Wir sind in Deutschland mit rund 720 Clubs viel besser ausgestattet als andere Länder, aber haben da noch Kapazitäten und deshalb ist Kern der Bewerbung natürlich, möglichst viele neue Golfer zu akquirieren. Jetzt haben Sie auch gesagt, Teil der Kampagne wird auch sein, ein Challenge-Tour-Event eben auf deutschem Boden zu veranstalten. Heißt das, dass es das jedes Jahr geben wird oder wird es das einmal geben vor dem Rydercup? Nein, das wird so sein, dass im Falle des Zuschlags für den Rydercup 2022 wird ab 2016 ein Challenge-Turnier der European Tour auf deutschem Boden stattfinden, aber dann auch jedes Jahr und natürlich nicht nur einmal. Ganz andere Frage. Gibt es eigentlich ein Mitspracherecht dann bei der sozusagen Vergabe des Rydercup-Captains für den Austragungsgastgeber? Nein, das gibt es natürlich nicht, sondern das entscheidet der Sport selbst. Da gibt es ein Gremium, das darüber entscheidet. Aber ein deutscher Golfspieler würde uns natürlich schon gefallen als Kapitän, ganz klar. Da müssen wir die Kampagne weiter anruhen und auch in der Jugend weiter Gas geben, dass sozusagen da sich einige vielleicht qualifizieren. Wie sieht es denn aus mit der Unterstützung sozusagen aus dem Bereich abseits des Golfs? Anderer Sportbereich, Politik, wie sind Sie da bislang unterwegs? Ja, wir haben eine breite Unterstützung jetzt natürlich von der Politik auf Bundes- und Landesebene. Die Bundeskanzlerin hat uns ein Unterstützer-Schreiben ja schon vor mehreren Wochen zukommen lassen, wo sie den Rydercup auch entsprechend vollumfänglich unterstützt. Und auf der politischen Ebene muss man ganz deutlich sagen, hat sich vieles verbessert im Vergleich zur Bewerbung vorher. Man hat hier den Dialog aufrechterhalten und wir haben die wirklich vollumfassende Unterstützung aller notwendigen Ministerien und Bereiche und sind da auf einem sehr guten Weg. Wann wird es die finale Entscheidung geben? Ja, wir geben jetzt am 30. April das Bitbook ab. Dann wird es gesichtet. Das heißt, Rydercup Europe schaut sich an, was wir denn tun würden, wenn der Rydercup nach Deutschland vergeben wird. Aus diesem Bitbook wird dann ein sogenannter Host-Nation-Contract, also wirklich ein Vertrag gemacht, was Deutschland denn tun würde, wenn der Rydercup nach Deutschland vergeben wird. Und wir rechnen mit der Entscheidung so im Oktober oder November. Dann wünschen wir auf dem weiteren Weg viel Erfolg, gutes Gelingen und hoffentlich den Rydercup dann 2022 in Deutschland. Ja, das würde uns freuen und wir werden alles dafür tun, dass der Rydercup 2022 in Deutschland stattfindet.